Luke Skywalkers Kampf gegen das Vampire of Hoth in das Imperium schlägt zurück war eine herausragende Szene im wohl besten Star Wars Film der Reihe. Aber abgesehen davon, dass sie unterhaltsam war, meint man, dass sie nicht viel zur Sache der Rebellenallianz beitrug, doch ganz im Gegenteil. Luke Skywalkers Kampf mit dem Vampire hätte ihn fast das Leben gekostet, was ein schwerer Schlag für die Rebellion gewesen wäre. Im neuesten Star Wars Abenteuer wird diesem Kampf jedoch eine immense Bedeutung beigemessen, da er in einer ironischen Wendung des Schicksals die Rebellen tatsächlich gerettet hat. Und damit herzlich willkommen zurück, Freunde der Macht, zu diesem neuen Video. Wir besprechen heute, warum der Kampf zwischen Luke und dem Vampire in Episode 5 so wichtig war. In der Free Comic Book Day Star Wars Geschichte mit dem Titel Rückkehr zur Echo Basis, die zwischen den Ereignissen der Episoden 4 und 6 spielt, fliegen Luke Skywalker, Leia Organa, Lando Calrissian und Chewbacca mit dem Millennium Falcon zurück nach Hoth, da die Rebellen eine Nachricht von einer Gruppe von Überlebenden der Rebellen erhalten haben, die es in das Imperium schlägt zurück nie von dem Planeten geschafft haben. Leider war das Imperium immer noch auf der Echo Basis präsent, sodass die Star Wars Helden, nachdem sie die Überlebenden befreit hatten, in einen Schneesturm fliegen mussten, um den imperialen Truppen zu entkommen. Luke und die anderen flogen einen halb abgeschossenen Transporter, der für einen Planeten wie Hoth konzipiert war, aber selbst der konnte den Eissturm nicht standhalten, dem sie ausgesetzt waren. Gerade als alle Hoffnung verloren schien, griff Luke Skywalker mit der Macht aus, um die Vampa-Höhle zu finden, die nun leer war, da der Vampa, den Luke in Episode 5 zerstückelt hatte, entweder gestorben oder nach dem Kampf geflohen war. Die Rebellen suchten in der Höhle Schutz, bis sich der Sturm gelegt hatte und das war auch gut so, denn die Imperialen, die sie verfolgten, starben in dem Schneesturm, ein Schicksal, das die Rebellen beinahe geteilt hätten. Als Luke Skywalker in diesem Star Wars Comic die Macht nutzte, um einen Unterschlupf für die Rebellen zu finden, konnte er die Höhlen nur aufgrund seines früheren Kampfes mit dem Vampa ausfindig machen. Es war nicht so, dass er schon einmal dort gewesen war und alleine deshalb die Lage erahnen konnte, sondern dass Luke in dieser Höhle die Macht nutzte, um sein Lichtschwert zu sich zu ziehen. Etwas, das er noch nie zuvor getan hatte. Luke Skywalker setzte die Macht in dieser Höhle praktisch zum ersten Mal bewusst ein, als er kurz vor dem Kampf mit dem Vampa sein Lichtschwert zu sich zog. Diese Aktion erzeugte eine Resonanz in der Macht, die Luke spüren konnte, als er auf dem Planeten war und die es ihm ermöglichte, dank der Führung der Macht zu dieser Höhle zurückzufinden. Lukes Kampf mit dem Vampa war nicht nur nicht unmittelbar für die Bemühungen der Rebellen in Episode 5 von Bedeutung, sondern schien auch nicht viel zu seiner Jedi Ausbildung beizutragen. In dieser Star Wars Ausgabe wird der Kampf gegen den Vampa jedoch viel bedeutender für Lukes weitere Geschichte. Die Ausgabe hebt die Tatsache hervor, dass Lukes Kampf mit dem Vampa eines der ersten Male war, in denen er die Macht bewusst einsetzte und sie enthüllte auch, dass dies eine Spur in der Macht selbst an gewissen Orten hinterließ, mit einer Resonanz, die Luke noch Monate, sogar Jahre später spüren kann. Luke Skywalker's Vampa-Kampf war ein unterhaltsames Nebenabenteuer in einem ohnehin schon fantastischem Star Wars Film, auch wenn der Film selbst nicht vermittelt, wie bedeutsam dieser Kampf wirklich war, denn das wurde erst in diesem Comic deutlich, in dem Luke Skywalker die Rebellen dank der Tatsache rettete, dass er in das Imperiumstieg zurück gegen einen Vampa gekämpft hatte. So, das wäre es an der Stelle auch schon mit dem Video. Ihr könnt mir gerne eure Meinung dazu unten in die Kommentare schreiben. Seht ihr den Kampf jetzt mit anderen Augen und findet ihr ihn auch bedeutsamer oder hat sich für euch nichts geändert und ihr findet diesen Vampa-Kampf eher unnötig? Lasst mich das gerne unten in den Kommentaren wissen. Ansonsten hoffe ich, wie immer euch hat das Video gefallen. Wenn dem so ist, zeigt mir das doch gerne mit einem Like und ein Abo auf diesem Kanal. Das würde mich echt sehr freuen. Vielen Dank an der Stelle und ich hoffe, wir hören uns wieder beim nächsten Mal. Bis dahin, bleibt gesund und möge die Macht mit euch sein.